Wir haben heute Verhältnisse, ich spreche vom deutschsprachigen Europa, Verhältnisse in Theologie und Kirche, ja in der gesamten Gesellschaft, die auf Verwerfungen zurückgehen, die rund 50 Jahre und noch etwas länger zurückliegen. Während anderes wie die Zeit in Deutschland 1933 bis 1945, der Zweite Weltkrieg, auch der Erste Weltkrieg, sehr scharf beleuchtet werden und stärker im Bewusstsein sind, denken heute nur wenige Menschen und wissen nur eher wenige Menschen Bescheid über das, was in den 60er Jahren im westlichen Europa sich abgespielt hat. Und doch wurden in der Zeit die Weichen gestellt, aus denen sich das ergeben hat, worin wir heute mittendrin stecken und was sich auch weiterentwickelt. Das gilt im Grunde für alles in den westlichen Gesellschaften. Sie hängen ab von Weichenstellungen der 1960er Jahre. Im Besonderen gilt es aber auch für die Einrichtung hier, die STH Basen. Wir haben Ende September unser 50-jähriges Bestehen feiern dürfen und die Veranstaltung jetzt dient dem Rückblick auf das, was damals vor 50 Jahren überhaupt gewesen ist. Auf die wirklich äußerst bewegte und auch sehr konfrontative Zeit der 1960er Jahre in Deutschland, in den deutschen evangelischen Landeskirchen. Erst in der allerjüngsten Zeit gibt es größere historische Arbeiten dazu oder jedenfalls eine größere historische Arbeit. Ich zeige hier einmal das Buch vor. Also Sie sehen etwas von Gewicht über 700 Seiten. Theologisch-Konservativstudien zu Genese und Anliegen der evangelikalen Bewegung in Deutschland. Der Verfasser Jörg Breitschwert wird heute Abend zu uns reden. Er wurde mit diesem Buch vor einigen Jahren an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen promoviert. Er war in Tübingen auch einige Jahre lang repetent. Das heißt Mitarbeiter am Albrecht-Bengel-Haus, dem wir auch geistesverwandt sind. Beide sind auch Einrichtungen, die aus dieser bewegten Zeit stammen. Jörg Breitschwert wird also uns jetzt einen Vortrag halten, der Bekenntniskampf der 1960er Jahre. Hintergrund der Entstehung der Väter, wie Sie damals hieß, als Sie, Herr Basel, Herr Breitschwert. Wir freuen uns sehr, dass Sie trotz allem und auch mit einem gewissen Wagnis die Grenze überschritten zu uns gekommen sind. Das Auditorium ist nicht ganz klein, nicht so klein, wie es mir gestern noch bekannt war. Und das Zoom-Auditorium ist ja noch um ein Stück größer. Also gut, dass Sie da sind. Er war ja auch in Deutschland in der heißen Phase des Bekenntniskampfes sehr einflussreich. Aber innerhalb der Evangelischen Allianz und auch in der Bekenntnisbewegung umstritten. Sein hermeneutischer Ansatz, die Verteidigung der Irrtumslosigkeit der Schrift, wie auch sein Eintreten für den Kreationismus, brachten ihn einen Gegensatz zu führenden Vertretern der deutschen evangelikalen Bewegung. Sein großer Verdienst, aber innerhalb der deutschsprachigen evangelikalen Bewegung, war vor allem die Gründung der Freien Evangelisch-Theologischen Akademie vor 50 Jahren hier in Basel. Und damit kam es im deutschsprachigen Raum zur Etablierung einer alternativen theologischen Ausbildung auf universitärem Niveau und somit letztendlich zu einer institutionellen Zweiteilung der hiesigen wissenschaftlichen Theologie. Die Gründung der Väter in Basel und später auch der FTA in Gießen zeigte zudem eine theologische Bruchlinie auf, die nicht erst seit dem Erkenntniskampf der 1960er Jahre den Protestantismus in zwei Richtungen teilt. Streitpunkt und grundlegend war dafür vor allem die Hermeneutik, also die Frage nach der richtigen Auslegung, sowie die Frage der Zuverlässigkeit und Autorität der Heiligen Schrift für Lehre und Leben der Kirche. Der bedeutende deutsche Historiker Thomas Nipperdai sprach in seiner dreibändigen deutschen Geschichte in diesem Zusammenhang von einer impliziten Konfessionalisierung des Protestantismus, also von einem unausgesprochenen theologischen Gegensatz, der, ich würde sagen, bis heute quer durch die Landeskirchen, die Gemeinschaftsverbände und mittlerweile auch die Freikirchen sichtbar ist. Der Gegensatz zwischen einer konservativen und einer modernen Theologie. Diese implizite Konfessionalisierung, dieser theologische Gegensatz, der entstand eben nicht erst seit dem Bekenntniskampf der 1960er Jahre, sondern der schwelt schon im Hintergrund vieler theologischer Konflikte, schon seit der Aufklärung. Und deswegen will ich heute Abend versuchen, eben nicht nur den Bekenntniskampf der 60er Jahre darzustellen, sondern den dahinterliegenden theologischen Grundsatzkonflikt zu skizzieren. Dazu muss ich zunächst fast 500 Jahre zurückgehen, um dann langsam wieder ins 20. Jahrhundert zu kommen. Und das nur in einer Stunde. Das kann ja eigentlich nur schief gehen. Also entweder wird es einem irgendwie schwindelig oder man schläft ein. Aber verzeihen Sie mir, wenn es manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell geht oder wenn ich manches auch zuspitze, was man sicher noch detaillierter und differenzierter darstellen müsste. Wer da noch tiefer einsteigen will, dem kann ich dazu ein Buch empfehlen. Vorhin war es irgendwie auf dem Tisch. Genau. Kleine Eigenwerbung. Genau. Jetzt versuche ich es mal in einer Stunde, oder einer Stunde, fünf Minuten, mal schauen, da einen kurzen Ritt zu wagen. Zunächst der erste Punkt. Der theologische Grundkonflikt. In den Auseinandersetzungen der evangelikalen Bewegungen, der evangelikalen Bewegung mit Universitäten und Landeskirchen seit den 1960er Jahren, also dem sogenannten Bekenntniskampf, fiel immer wieder das Schlagwort Schrift und Bekenntnis. Der Vorwurf, der lautete, dass Kirchen- und Universitätstheologie in ihren theologischen Entscheidungen sich nicht mehr von ihrer Bindung an Schrift und Bekenntnis leiten lassen, sondern zunehmend dem Zeitgeist huldigen würden. Aber was ist unter diesem Vorwurf zu verstehen? Woher kommt die Mahnung? Die Kirche sei vor allem und zuerst Schrift und Bekenntnis verpflichtet. Die Grundlage dieser Mahnung ist das protestantische Schriftprinzip. Nach Luthers Tod im Jahre 1546 gab es innerhalb der lutherischen Theologen schwere Auseinandersetzungen hinsichtlich der richtigen Lehre. Und diese Streitigkeiten endeten 1580 mit einem Vertrag, der in einem Vertragsbuch, dem sogenannten Konkordienbuch, niedergeschrieben wurde, in dem versucht wurde, alle strittigen Fragen zu beantworten. Dieses Konkordienbuch wurde eingeleitet durch eine Einleitungsformel, die Konkordienformel, die grundlegend für alle weiteren theologischen Fragen war. Und diese Konkordienformel begann mit folgenden Worten. Wir glauben, lehren und bekennen, dass die einige Regeln und Richtschnur, nach welcher zugleich alle Lehren und Lehre gerichtet und beurteilt werden sollen, sind allein die prophetischen und apostolischen Schriften altes und neues Testaments. Wie geschrieben steht, dein Wort ist meines Fußes leuchtet und er liegt auf meinem Weg. Und bei Paulus, wenn ein Engel vom Himmel käme und predigte anders, der soll verflucht sein, Galater 1. Andere Schriften aber der alten oder neuen Lehre, wie sie Namen haben, sollen der Heiligen Schrift nicht gleich gehalten, sondern alle zumal miteinander derselben unterworfen und anders oder weiter nicht angenommen werden, denn als Zeugen, welche Gestalt nach der Apostelzeit und an welchen Orten solche Lehre der Propheten und Apostel erhalten werden. Damit wurde Luthers Schriftprinzip klar herausgestellt. Die Heilige Schrift definiert als Schriften der Apostel und Propheten, deshalb ist ja auch die Verfasserfrage dieser Schriften so wichtig. Es ist eben nicht egal, ob das Johannesevangelium vom Apostel Johannes oder von irgendeiner anonymen Gemeinde stand. Also die Heilige Schrift definiert als Schriften der Apostel und Propheten ist die Regel und Richtschnur, also das entscheidende Kriterium für Leben und Lehre der Kirche. Alle anderen Schriften sind hier untergeordnet. Das ist das Schriftprinzip. Und das ist damit gemeint, wenn vor allem auch in den 60er Jahren auf Schrift und Bekenntnis verwiesen wurde und immer noch verwiesen wird. Das Schriftprinzip hatte damals eine doppelte Stoßrichtung. Zum einen gegen die Überzeugung in der katholischen Kirche, dass die Tradition, also menschliche Satzungen wie das Wort des Papstes oder der Kurie, die gleiche Autorität haben wie die Heilige Schrift. Und zum anderen gegen die Schwärmer, die behaupteten, dass der Geist auch ohne die Heilige Schrift direkt zu ihnen sprechen und ihnen Gottes Weisung für bestimmte Fragen offenbaren kann. Dieses Schriftprinzip wurde dann später im 17. Jahrhundert zu einer Lehre von der Heiligen Schrift weiterentwickelt. Hier Johann Gerhard, einer der bedeutendsten Theologen der lutherischen Orthodoxie, der entwickelte die sogenannte Verbal-Inspirationslehre und lehrte, dass Gott die entscheidende Wirkursache der Heiligen Schrift ist. Durch göttliche Eingebung, so Gerhard, also durch Inspiration, wurde die Hand der Verfasser der Heiligen Schrift beim Schreiben geführt. Und durch die Einhauchung Gottes geschah es, dass der Heilige Geist ihnen das, was zu schreiben war, mitteilte. Und ihrem Geiste gleichsam in die Feder diktierte. Also hier ein Bild von Rembrandt, fast Zeitgenosse Gerhards, der Evangelist Matthäus. Da sieht man das genau, wie der Engel sozusagen dem Matthäus das einflüstert, was er schreiben soll. Diese Überzeugung, dass Gott der Ursprung der Heiligen Schrift ist, teilte auch bei allem Gegensatz zur Orthodoxie der Pietismus. Späner, hier im Bild, ging sogar davon aus, dass die heiligen Buchstaben vom Himmel gefallen seien, dass der Heilige Geist aufgepasst hat, dass es keinen Irrtum gibt. Also letztendlich, nicht nur die Sache allein sei inspiriert, sondern an jedes einzelne Wort. Das ist jetzt natürlich Latein. Wer es schnell übersetzen will, hat jetzt noch kurz Zeit. Also nicht nur die Sache ist inspiriert, sondern jedes einzelne Wort. Auch Johann Albrecht Bengel betonte, dass eben nicht Menschenwille die Weissagung geführt habe, sondern Menschen sind beim Weissagen geführt worden. Sie haben sich nicht aktiv handeln, sondern passiv leidend dabei verhalten. Man kann also festhalten, Luther, die Orthodoxie und der Pietismus hielten daran fest, dass die Heilige Schrift von Gott inspiriert ist. Nicht nur der Sache nach, sondern im Wortlaut. Dass also letztendlich Heilige Schrift und Wort Gottes im Ganzen identisch sind. Das heißt, es gibt kein Wort Gottes außerhalb der Heiligen Schrift und es gibt auch innerhalb der Heiligen Schrift nichts, was nicht Wort Gottes ist. Also wirklich nur jetzt in groben Zügen. Wir wollen ja noch ins 20. Jahrhundert kommen. Dies wurde aber schon bald bestritten. In der Zeit der Aufklärung kam es zur Kritik am Schriftprinzip. Vor allem zwei Unterscheidungen bildeten sich in dieser Zeit heraus, die bis heute gültig sind und den Grundkonzept der theologischen Forschung bilden. Zum einen die Unterscheidung von Wort Gottes und Heiliger Schrift und zum anderen die Trennung von Geschichte und Glaube. Zunächst zur Unterscheidung von Wort Gottes und Heiliger Schrift. Johann Salomo Semmler, einer der Wegbereiter der historisch-kritischen Forschung, erklärte in seiner berühmten Kanonschrift Heilige Schrift und Wort Gottes ist gar sehr zu unterscheiden. Zu der Heiligen Schrift, wie dieser historische relative Terminus unter den Juden aufgekommen ist, gehört Ruth, Esther, Isra, Hohes Lied und so weiter. Aber zum Wort Gottes, das alle Menschen in allen Zeiten weise macht zur Seligkeit, zum göttlichen Unterricht für die Menschen, gehörten diese heilig genannten Bücher nicht alle. Also, das Wort Gottes ist in der Bibel zwar enthalten, aber nicht mit ihr identisch. Ruth, Esther, Isra, Hohes Lied sind zwar Teile der Bibel, aber eben nicht Gottes Wort. Weiter sagt Semmler, Es ist mir unbegreiflich, wie es geschehen kann, dass nachdenkende Christen und sogar Lehrer, die nach ihrem Beruf helfen sollen, dass die heilsame Erkenntnis wachse, sogar heutzutage noch immer sich selbst hier verirren können und heilige Bücher oder Schriften der Juden und dass sie und da nicht durch und durch darin enthaltene, mitgeteilte, eingekleidete Wort Gottes oder allgemeine moralische Belehrung an alle Menschen immer verwechseln. Und noch deutlicher, Wie lange will man aber unsere Christen täuschen mit solchen Larven? Die Bibel sei ganz Gottes Wort. Schande und Sünde ist es für Lehrer, dass sie solche Stroh und Spreu noch herumtragen und Paulus und Christus ins Angesicht widersprechen. Es ist nach Semmler also eine Schande, eine Täuschung, eine Sünde für jeden Theologen, der das Wort Gottes mit der Bibel gleichsetzt. Aber was ist mit dieser Unterscheidung Semmlers gewonnen? Mit der Unterscheidung zwischen dem offenbarten Wort Gottes und der von Menschen verfassten heiligen Schrift konnte man alle Anstößigen, dem modernen Menschen unbegreiflichen Bestandteile der Bibel als menschlich aus dem Wort Gottes ausscheiden. Man konnte dem aufgeklärten Menschen wieder eine Brücke zur Bibel bauen. Gleichzeitig steht aber seit dieser grundlegenden Unterscheidung, die heute weitgehend Konsens der universitären theologischen Wissenschaft ist, die Frage nach dem Kanon im Kanon im Raum. Das heißt, welche Teile der Heiligen Schrift sind denn nun Wort Gottes und welche nicht? Und dazu, wer entscheidet eigentlich darüber, welche Teile der Heiligen Schrift Wort Gottes sind und welche nicht? Ein Lehramt, die theologische Wissenschaft, beziehungsweise müsste man heute ja sagen, welche theologische Wissenschaft, demokratische Mehrheitsentscheide, der Pfarrer vor Ort, der Kirchengemeinderat oder entscheidet mein Gefühl, welches Wort Gottes für mich gilt? Alles schon da gewesen. Die zweite grundlegende Unterscheidung, die in der Aufklärung zur Kritik am Schriftprinzip führte, war die Trennung von Geschichte und Glaube, die vor allem Gotthold Ephraim Lessing vorbrachte. Bisher ging man davon aus, ich habe jetzt zur Veranschaulichung mal das berühmte Kranach-Bild von Luther als Prediger gewählt, bisher ging man davon aus, dass unser christlicher Glaube auf konkreten Geschehnissen in Raum und Zeit beruhe, dem Heilsereignis. Im 19. Jahrhundert nannte man dies Heilstatsachen. Also das heißt, es gab das Heilsereignis Jesu leiden und sterben am Kreuz und seine Auferstehung, das unabhängig von uns, also Latein extra nos, schon geschehen ist. Dann die Verkündigung dieses Heilsereignis in Wort und Sakrament, die sogenannte Heilszuteilung. Und dann das Anerkennung dieses Wortes Gottes im persönlichen Leben, also der Glaube, die sogenannte Heilsaneignung. Lessing durchbrach nun diesen Dreischnitt an einer entscheidenden Stelle. Er bestritt die Basis, das Heilsereignis. Und zwar nicht geschichtliche Ereignisse, also die Heilstatsachen, können die Grundlage unseres Glaubens sein, sondern nur reine Vernunftwahrheiten, also Überzeugungen, die wir nur durch Logik erfassen können. Also der Beweis dafür, dass es Gott gibt, wäre dann eben nicht, dass es uns Gott selbst in seinem Wort offenbart hat, beziehungsweise dass Menschen über ihre Erfahrungen mit Gott berichtet haben, sondern lediglich der logische Schluss, dass es zum Beispiel, weil es auf der Erde das Gute gibt, auch ein höchstes Gut geben muss. Oder weil es intelligente Wesen auf der Erde gibt, es auch ein höchstes intelligentes Wesen geben muss. Man könnte auf den ersten Blick denken, na und, Hauptsache man geht davon aus, dass es Gott gibt. Das Problem dabei war aber, dass dadurch der Glaube keine geschichtliche Grundlage mehr brauchte. Der Glaube wurde damit ein Produkt des eigenen Nachdenkens. Lessing stellte nämlich diese Grundlage nicht nur neben die Heilsereignisse, neben die geschichtliche Grundlage des Glaubens, sondern er ersetzte sie. In einem berühmten Satz fasste er zusammen, zufällige Geschichtsverhalten können der Beweis von notwendigen Vernunftverhalten nie werden. Der Glaube zählte für ihn zu den Vernunftverhalten und somit spielte für ihn und alle, die in seiner Nachfolge standen, seither das geschichtliche Heilsereignis. Also Fragen wie, ist Jesus wirklich leiblich auferstanden? War er der Sohn einer Jungfrau? Konnte er übers Wasser laufen? Konnte er Menschen heilen? Keine Rolle mehr für den Glauben. Das ist ja das, was man bis heute in Diskussionen immer wieder hört. Du klammerst dich an menschliche Krücken. Du magst deinen Glauben an historischen Dingen fest. Was ist denn, wenn die historische Wissenschaft rausfindet, dass das alles nicht so geschehen sein kann? Fällt dann alles zusammen? Solche Argumentationen laufen im Grunde immer nur unter den beiden Voraussetzungen der Aufklärung. Die Heilige Schrift ist nicht identisch mit dem Wort Gottes und geschichtliche Begebenheiten beziehungsweise die Heilstatsachen sind nicht die Grundlage des christlichen Glaubens. Von daher spricht man in der theologischen Wissenschaft gemein von der Krise des Schriftprinzips seit der Aufklärung. Es gibt seither im Grunde zwei Richtungen oder zwei unausgesprochene Konfessionen im Protestantismus, die miteinander im Streit liegen. Die eine traditionelle Richtung verteidigt das Schriftprinzip in seiner ursprünglichen, geschichtlich konkreten Aussageabsicht. Und die andere, fortschrittlichere Richtung versucht, den Glauben mehr abstrakt als logische Vernunftwahrheit zu fassen und damit einer säkularisierten Gesellschaft annehmbarer zu machen. Wenn man jetzt Schleiermacher noch dazu nimmt, dann kommt noch eine weitere Glaubensgrundlage hinzu, das religiöse Erlebnis. Aber das würde jetzt zu weit führen. Gemeinsam ist allen etwas anderes als das Heilsereignis, extra nos begründet unseren Glauben. Das ist grob gesprochen der theologische Grundlagenkonflikt, in dem wir bis heute stehen. Das ist natürlich auch nur vereinfachend. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt ganz viele Klautöne. Doch die großen theologischen Auseinandersetzungen in der Zeit der Aufklärung, besonders im 19. und 20. Jahrhundert, bewegen sich genau in diesem Rahmen. Von daher ist es meines Erachtens elementar wichtig, diese Grundlagenklärung nicht aus den Augen zu verlieren. Viele Stellvertreterkämpfe beruhen darauf, dass dieser Grundlagenkonflikt nicht geklärt ist. Im Folgenden will ich an vier Beispielen einen Blick auf diese großen theologischen Auseinandersetzungen werfen. Einer ersten großen Auseinandersetzung kam es Ende des 18. Jahrhunderts, dessen Auswirkungen wir schon gestreift haben. Lessing brachte in seiner Eigenschaft als Bibliothekar in Wolfenbüttel ab 1774 nach und nach Teile einer anonymen Schrift des 1768 verstorbenen Hamburger Gymnasiaprofessors für orientalische Sprachen Hermann Samuel Reimarus heraus. Die sorgte für großen Sprengstoff, weil Reimarus in dieser Schrift das Zeugnis der Jünger über die Auferstehung Jesu als Betrug und die Entstehung der Kirche als Erdichtung der Jünger darstellte. Mehrere Theologen wandten sich gegen diese Behauptungen, allen voran der Hamburger Hauptpastor Johann Melchior Gütze, links im Bild, einer der profiliertesten lutherischen Theologen der damaligen Zeit. Dieser griff im Verlauf des Streites vor allem auch Lessing an wegen seiner vermittelnden Position, die dieser noch viel schlimmer empfand als den nackten und klaren Rationalismus, der aus der Schrift von Reimaru sprach. Es würde jetzt auch zu weit führen, diesen Streit nachzuzeichnen. Aber er ist ein Beispiel des zunehmenden Einflusses, den der Rationalismus im 18. Jahrhundert innerhalb der Theologie erreichte. Dieser nette Mann, Dr. Samuel, Dr. Johann August Ulsberger, Senior und damit auch Oberhaupt der Pfarrer in Augsburg, setzte sich schon in seinem Studium während seiner Magisterarbeit an der Universität Halle mit dem Rationalismus des damals führenden Philosophen Christian Wolf auseinander. Der zunehmende Einfluss des Rationalismus führte ihn schließlich 1780 zur Gründung der deutschen Gesellschaft zur Beförderung reiner Lehre und wahrer Gottseligkeit in Basel. Diese später nur noch deutsche Christentumsgesellschaft genannt, war mit ihrem weitverzweigten Netzwerk der Wurzelboden der Erweckungs- und Missionsbewegung zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Ihre Bedeutung in der Kirchengeschichte ist kaum zu unterschätzen. Die Grundintention dieser Christentumsgesellschaft war eine doppelte, Evangelisation und Apologetik. Also neben der Glaubensweckung der Missionsarbeit auch und gerade innerhalb der verfassten Kirchen stand die Verteidigung des Glaubens gegen rationalistische Tendenzen in Theologie und Kirche im Zentrum. Ulsberger formulierte als Zweck der Unternehmung, Man wird suchen, Kirchen zu erwecken, dass auch sie, wie so zum Teil schon wirklich rühmlich angefangen, mithelfen, die christliche Religion überhaupt und insbesondere die Gottheit Christi und seines Geistes zu verteidigen. Ja, sich alle demjenigen mit entgegenzusetzen, wodurch man den hohen Zweck und Segens des Mittleramts Jesu ganz naturalistisch aufheben oder verringern und aus christlicher Sittenlehre und Tugend eine bloß natürliche, mithin von der christlichen wesentlich unterschieden machen und sie allenthalben ausbreiten will. Also klare Gegenbewegung zum Rationalismus. Die Gründung Ulsbergers erweckte große Hoffnungen. So schrieb der Philosoph Johann Hermann Oberreit an Georg David Schild, einem Freund und entscheidenden Mitstreiter Ulsbergers in Basel. Gesegnet sei Ulsberger, gesegnet die baslerische und londonische Gesellschaft. Also in London gab es so ähnliche Bewegungen schon hundert Jahre vorher. Lange, mein Gott weiß es, lange schon seufzete und dachte ich, ist denn niemand mehr da, der dem Tier vor Lästerungen widerspreche? Dass manche seufzen, zu Gott schreien, glaubte ich wohl. Aber wenn ein Feind ins Land fiele, würden wir beten und das Schwert an die Seite gürten. Auf den Verderber losgehen, selbst unter unser Leben nicht teuer achten. Und wenn Füchse Gottes Weinberg verderben, wenn in Säue umwühlen, so sollten wir in unserer Ruhe bleiben, damit wir nicht gebissen werden. Also man merkt, es gab da großes Leiden und man begrüßte diese Initiative Ulsbergers sehr. Trotzdem entwickelte sich die Basler Christentumsgesellschaft so kurz nach ihrer Gründung, vor allem aufgrund des Einflusses wichtiger württembergischer Pietisten wie dem Anhausener Prelaten Magnus Friedrich Roos in eine andere, mehr erwecklich missionarische Richtung. Doch entsprang die Grundintention dieser für den weiteren Verlauf der Kirchengeschichte so wichtigen Initiative für Ulsbergers aus dem Leiden frommer Christen am zunehmenden Einfluss des Rationalismus oder um einen zeitgenössischen Begriff zu gebrauchen am zunehmenden Einfluss der Neologie, also der neuen Lehre. Ich könnte auch sagen, jetzt mit einem Begriff aus den 60er Jahren, der modernen Theologie, der modernen neuen Lehre auf die Theologie. Das vielleicht gerade auch im Hinblick auf die Entstehung der Väter am selben Ort knapp 200 Jahre später interessant. Auch angesichts der Uneinigkeit im erwecklichen Lager im Hinblick auf die Notwendigkeit der Apologetik, der Verteidigung des christlichen Glaubens gegen moderne neue theologische Lehren. Eine der ersten großen theologischen Auseinandersetzungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts war der Streit um das Leben Jesu von David Friedrich Strauss. Strauss stand in den 1830er Jahren am Beginn einer akademischen Karriere. Als Stiftsrepetent in Tübingen veröffentlichte er ein Werk, das für Furore sorgte. Ich habe es ja abgebildet. Das Leben Jesu. In diesem Leben Jesu, kritisch bearbeitet, so der Untertitel, versuchte er in zwei Bänden das Leben Jesu von allen übernatürlichen Zügen zu befreien. In dieser Veröffentlichung war aber auch seine berufliche Zukunft in der württembergischen Kirche beendet. Er wurde als Stiftsrepetent und damit auch aus dem Pfaddienst in Württemberg entlassen. Eine von ihm angestebte akademische Karriere rückte in weite Ferne. Doch nicht überall verschlossen sich für ihn die Türen. Im Zuge der französischen Julierevolution von 1830 und der darauf einsetzenden Regeneration wurde im Kanton Zürich 1831 eine liberale Verfassung in Kraft gesetzt. Der nunmehr liberale Rat der Stadt Zürich gründete 1833 die Universität und berief auf Betreiben des Bürgermeisters Konrad Hürzel David Friedrich-Strauß als Professor für Dogmatik und Kirchengeschichte nach Zürich. Dies führte aber zu ganz, zu großen Protesten vor allem kirchlicher Kreise unter der Führung des Züricher Artistes, also des Oberhaupts der Zürcher Kirche, Johann Jakob Füßli. Strauß wurde daraufhin schon vor Antritt seiner Lehrtätigkeit mit einer Zahlung von 1000 Franken Pension in den Ruhestand versetzt. Nicht schlecht, ja? Als dieser sogenannte Straußenhandel bekannt wurde, hier das entsprechende Bild in der satirischen Zeitschrift, sieht man hier der Straußenhandel, hier der Hürzel, der hier das Geld wie 1000 Franken, dem Strauß, hier als Vogel Strauß abgebildet vor die Füße wirft und sehr interessante Weise, der Strauß wird geritten hier von, sieht man jetzt nicht, weil es schwarz-weiß ist, mit roten Gewand vom Teufel, ja? Also so die Karikatur. Also als dieser sogenannte Straußenhandel dann eben bekannt wurde, kam es in September 1839 zum Sturm der konservativen Landbevölkerung unter der Führung des Pfeffikonner Pfarrers und ehemaligen Züricher Professors für orientalische Sprachen, Bernhard Hürzel und unter dem Motto Vorwärts, wer ein guter Christ ist, auf Zürich. Der liberale Rat der Stadt wurde gestürzt und eine konservative Regierung eingesetzt. Also das nur deshalb, um zu zeigen, David Friedrich Strauß und die Schweizer Geschichte. Aber jetzt zurück zu seiner Theologie. Als Jägerschüler betrachtete Strauß Gott als Idee, die sich in der gesamten Menschheit als Menschlichkeit realisiert. Die Rede von der Fleischwerdung Gottes interpretierte er als Idee, als eine Spekulation im jeglichen Sinne. Das heißt, nicht nur in Jesus als Einzelexemplar habe sich diese Idee verwirklicht, sondern die Idee könne sich in der gesamten Menschheit manifestieren. Es ist nicht ihre Art, also es ist nicht die Art der Idee, so Strauß, in ein Exemplar ihre ganze Fülle auszuschütten, also in Jesus, und gegen alle anderen zu geizen. Im Gegenteil, die Idee liebt es, ihren Reichtum in einer Mannigfaltigkeit von Exemplaren, die sich gegenseitig ergänzen, im Wechsel sich setzender und wiederaufhebender Individuen auszubreiten. Kurzum, Strauß sah in der neutestamentlichen Rede von der Fleischwerdung Gottes nur eine symbolhafte Rede dafür, dass sich in der Mitmenschlichkeit untereinander die Idee des Göttlichen im Menschen verwirklicht. Die biblischen Geschichten waren für Strauß dabei nur mythische Geschichten, die den Menschen helfen sollen, zu dem Bewusstsein zu kommen, dass sich Gott, also die Idee in der Menschlichkeit verwirkliche. Entscheidend war demnach also nicht, ob sich eine biblische Geschichte auch wirklich so ereignet hat, sondern was mit dieser Geschichte an überzeitlicher Wahrheit ausgesagt werden soll. Mit den Worten von David Friedrich-Strauß, durch dieses Hinausgehen, also natürlich dann ein Mehrwert, den das Ganze für ihn hatte, dieses Hinausgehen über die sinnliche Geschichte zur Absoluten, wird jene, also die sinnliche Geschichte, als das Wesentliche aufgehoben, zum Untergeordneten herabgesetzt, über welchen die geistige Wahrheit auf eigenem Boden steht. Zum fernen Traumbild, also die sinnliche Geschichte wird zum fernen Traumbild, das nun auch in der Vergangenheit und nicht wie die Idee, in dem sich schlechthin gegenwärtigen Geiste vorhanden ist. Strauß wollte also den Glauben vom Festhalten an das sinnlich-historische, vom Festhalten an den Heilstatsachen, den geschichtlichen Ereignissen weg, zum seines Erachtens eigentlichen führen, zu einem überindividuell geistlichen und letztlich abstrakten, unpersönlichen Vernunftglauben. Es ging also nicht mehr darum, ob Jesus das Wunder getan hat oder nicht, ob er wirklich auferstanden ist oder nicht, sondern darum, was diese Geschichte uns heute sagen will. Ähnlich wie zuvor die alttestamentliche Wissenschaft begann Strauß, eine mythologische Betrachtungsweise auf das Neue Testament anzuwenden, indem er aus den biblischen Berichten das herausfiltern wollte, was seines Erachtens wirklich historisch war, was da nun wirklich geschehen ist. Das war der Beginn der modernen Leben Jesu-Forschung, ist heute Bestandteil der neutestamentlichen Wissenschaft. Wie stellte sich Strauß die Entstehung der Evangelien und damit auch die Entstehung des Christentums vor. Er schrieb, man denke sich eine junge Gemeinde, welche ihren Stifter umso begeisterter verehrt, je unerwarteter und tragischer er aus seiner Laufbahn herausgerissen worden ist. Eine Gemeinde geschwängert mit einer Masse neuer Ideen, die eine Welt umschaffen sollten. Eine Gemeinde von Orientalen, von größtenteils ungelehrten Menschen, welche also jene Ideen nicht in der abstrakten Form des Verstands und Begriffs, sondern einzig in der konkreten Weise der Fantasie als Bilder und Geschichten sich anzueignen und auszudrücken imstande waren. So muss man erkennen, es musste unter diesen Umständen entstehen, was entstanden ist. Eine Reihe heiliger Erzählungen, durch welche man die ganze Masse neuer durch Jesum angeregter sowie alter auf ihn übertragene Ideen als einzelne Momente seines Lebens sich zu anschauen brachte. Er ging also davon aus, dass sich um den historischen Jesus viele Fantasiegeschichten gebildet hätten, weil die größtenteils ungelehrten Anhänger Jesus seine Ideen nicht in der abstrakten Form des Verstands und Begriffs, sondern einzig in der konkreten Weise der Fantasie, also als Bilder und Geschichten sich anzueignen und auszudrücken imstande waren. Sie sei also Strauß zufolge, Jesus war ein Lehrer, er hatte eine Botschaft, aber seine ungebildeten Anhänger konnten diese abstrakte Botschaft nur so weitergeben, indem sie in konkrete ausgedachte, indem sie diese Botschaft in konkrete ausgedachte Fantasiegeschichten umformten. Sie konnten sie seiner Ansicht nach zum Beispiel nicht einfach nur abstrakt sagen, zum Beispiel konnten sie einfach nur abstrakt sagen, dass Jesus ein besonderer Mensch war, sondern sie mussten sich die Jungfrauengeburt ausdenken, um dies für alle Zeitgenossen einsichtig zu machen. Obwohl Jesus als Strauß einen menschlichen Vater und eine menschliche Mutter hatte, wie der andere auch. Die Rede von Jesus als Gottes Sohn war also für Strauß nur symbolisch zu verstehen. Es war eine mythische Rede. Das Gleiche galt dann auch für alles Übernatürliche, was von Jesus berichtet wurde. Für den Pfarrer der Kornthaler Brüdergemeinde Sixt Karl Kapff, der später als Prelat von Stuttgart einer der prägendsten Figuren des württembergischen Pietismus im 19. Jahrhundert wurde. Also vielleicht ist das noch bekannt, das Bild von den beiden Wegen, der schmale und der breite Weg von Charlotte Reilen. Das geht auf seine Predigten der Schriftgarten der Stiftskirche zurück. Also dieser Sixt Karl Kapff, für ihn war diese abstrakte Form des Christentums, die Strauß vorschwebte, mehr als suspekt. Er schrieb im Christenboden der Zeitschrift des württembergischen Pietismus der damaligen Zeit eine lange Artikelserie gegen die Thesen von Strauß. Darin entgegnete er ihm, wie konnte eine Geschichte, die sie höchstens so glaubten, also die die Jünger, die sie erzählten, die die Jünger höchstens so glaubten, wie ein Lügner das, was er oft erzählt, zuletzt selbst glaubt? Wie konnte sie zur Grundlage eines festen unter allen Stürmen unerschütterlichen Glaubensgebäudes werden? Dass aber vollends diese auf lauter erdichteten Tatsachen drohende Lehre sich vor aller Prüfung, auch der Gelehrten und Gebildeten halten und ungeachtet aller Bestreitung durch Feinde, die alles aufsuchen, was irgend gegen sie vorzubringen war, doch siegreich sich behaupten, Jahrhunderte hindurch allen Stürmen Trotz bieten, deren Anhängern Kraft zu den größten Entsagungen und Leiden geben, unter der Schmach und Verfolgung der Welt fortbestehen und endlich Weltreligion werden soll. Das ist rein unbegreiflich, wenn Strauß recht hat. Für den Glauben zentral ist demnach, nach Kapf, das wirkliche Geschehen, das sich in der Zeit Jesu geeignet hat. Dabei unterschied Kapf den Glauben und den Glaubensinhalt. Es kann nicht nur darum gehen zu glauben. Entscheidend ist ja, was man glaubt. Kapf. Dabei ist zu scheiden das Glauben und das Geglaubte. Nicht mein oder dein Glauben, auch nicht das notwendig damit verbundene Tun macht selig, sondern das Geglaubte, das außer uns, also extra nos und vor uns geschehen und geoffenbart ist. Das, was in Bethlehem, in Galiläa, in Gethsemane, auf Golgatha durchlebt und erlebt worden ist und in unser Leben bloß übergeht durch den Glauben. Das macht selig, so wie nicht mein Trinken meinen Durst löscht, sondern das, was ich trinke. Und nicht mein Essen stirbt mit dem Hunger, sondern das, was ich esse. Also ein gutes Zitat. Wie viele seiner Gesinnungsgenossen war Kapf, ein rein abstrakter Vernunftglauben, zu wenig und zu spekulativ. Glaube beruht auf Heilstatsachen. Das war der Grundkonsens, der gegen diejenigen betont wurde, die diese Grundlage aufzulösen versuchten. Auch in Basel kam es in dieser Zeit im Umfeld des Basler Missionshauses, also es ist ein bisschen anachronistisch, das ist irgendwie 1860 errichtet worden, aber ich habe jetzt kein anderes Bild von vorher gefunden. Also im Umfeld des Basler Missionshauses kam es zu einer gewissen Unzufriedenheit mit der an der Universität gelehrten Theologie. Einer der führenden Theologen war der mehrmalige Rektor der Basler Universität und bedeutende Alttestamentler Wilhelm Madrin Lebrecht der Wette. Seit 1822 lehrte dieser in Basel. Zuvor arbeitete er bis zu seiner Entlassung aus politischen Gründen eng mit Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher in Berlin zusammen. Er war neben Schleiermacher einer der ersten drei Theologen, die 1810 an der neu gegründeten Berliner Theologischen Fakultät lehrten. Er gilt als einer der Wegbereiter der historisch-kritischen Erforschung des Alten und Neuen Testaments. In seiner Dissertation behauptete er, dass das Deuteronomium nicht aus der Zeit des Mose, sondern aus der Zeit des Josia stammte und von daher von den restlichen vier Büchern des Pentateuch zu trennen sei, was bis heute ja immer noch eine zentrale Grundannahme in der universitären alttestamentlichen Forschung darstellt, auch übersetzt natürlich anders datiert. In seiner Einleitung ins Alte Testament maß er dem Pentateuch keinerlei geschichtlichen Wert bei, sondern sah in ihm ein Sammelwerk, an dessen Beginn ein mythischer Epos stünde, das dann im Laufe der Geschichte Israels fortwährend ergänzt wurde. Das ist auch bis heute Grundkonsens der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments. Am 11. März 1836 lud der Basler Gymnasialrektor Daniel LaRoche eine Reihe von interessierten Freunden nach Basel, um den Verein zur Beförderung christlich-theologischer Wissenschaft und christlichen Lebens zu gründen, der die Förderung gründlicher theologischer Studien und eines lebhaft christlichen Sins und Lebens zum Ziel hatte. Es sollte die Anstellung eines theologischen Lehrers an der Basler Universität angestrebt werden, der wahre Wissenschaftlichkeit mit der Begeisterung des Glaubens und mit entscheidender Christusliebe verbindet. Im Hinblick auf die Ausbildung der zukünftigen Pfarrer an der hiesigen Theologischen Fakultät in Basel befürchtete man, dass unsere hier gebildeten und zu bildenden Geistlichen in unserer Stadt eine andere Lehre verkündigen würden, als die von der Sünde des Menschen und der Gnade in Christi Kreuzes Tod, die seit längerer Zeit und auch jetzt noch von unseren Kanzlern gehört wird. Das zielte auf der Wette. Dieser versuchte schon in einem 1813 erschienenen Werk die orthodoxe Versöhnungslehre zu bekämpfen und Jesu Tod als ein Opfer im menschlich idealen Sinne darzustellen. An diesen Lehrstuhl, an diese neue Professur, die man schaffen wollte, stellte man hohe Anforderungen. In einem Fragebogen über einen möglichen Bewerber auf diese Dozentur fragte man nicht nur danach, ob der Bewerber ein entschiedener Christ sei, ob er aus Überzeugung und Erfahrung an das menschliche Sündenelend und die freie Gnade durch Christi Tod glaube und dem lebendigen und freudigen Glaube stehe, sondern auch danach, ob er bereit wäre, auch dem gelehrtesten und berühmtesten Mann gegenüber von diesem seinem Glauben kräftig Zeugnis abzulegen und dafür Rede zu stehen. Weiter ist er auf der Höhe der theologischen Literatur und ist sein Glaube von Gelehrsamkeit und Wissenschaftlichkeit begleitet, sodass er mit Erfolg neben einem der Wette auf dem Katheter wirken könnte. Steht er, wo nicht an Gelehrsamkeit doch an Geist und Charakter hoch genug, um einem der Wette gegenüber nicht verdunkelt zu werden. So die Anforderungen. Als erster Dozent auf diesen neu geschaffenen, durch Spenden des Vereins finanzierten Lehrstuhls wirkte der berühmte spätere Tübinger Professor Johann Tobias Beck. Sein Nachfolger wurde dann Wilhelm Hoffmann, damals Inspektor des Basler Missionshauses, später Generalsuperintendenter Kurmarkt und Hofprediger von Berlin, damit ein sehr einflussreicher Berater, König Friedrich Wilhelms IV. von Preußen, der einflussreichste Berater in Kirchenbefragen für den preußischen König der damaligen Zeit. Und auch Jahre vor seiner Berufung nach Basel, also dieser Hoffmann, war er in den 1830er Jahren gemeinsam mit SIGS Karl Kapp, der vorhin schon erwähnt war, und David Friedrich Strauß, Stiftsrepetent am Tübinger Evangelischen Stift. Also ganz interessant, wenn man die Liste 1835 bei der ganzen Strauß-Sache, wenn man da mal zwischen 1830 und 1835 schaut, wer eigentlich alles da in dem Kollegium am Stiftsrepetenten Tisch gesessen war, ist hochinteressant. Also unter anderem eben Kapp, Hofmann, Strauß und noch viele andere, die dann in verschiedene Richtungen sehr berühmt geworden sind. Konrad von Aureli, Julius Kaftan und Adolf Köberle, das waren weitere bekannte Theologen, die auf dieser Stiftsprofessur in Basel berufen wurden. Auch Martin Kähler, Theodor von Zahn, Adolf Schlatter und Karl Heim waren für diesen Lehrstuhl im Gespräch und wären fast auch gekommen, also zum Beispiel Adolf Schlatter und Karl Heim. Als der letzte Lehrstuhlinhaber Hendrik van Ooyen 1966 in die staatliche Besoldung der Universität Basel übernommen wurde, löste sich 1968, also zwei Jahre vor der Gründung der VETA, der Verein auf. Ein weiteres Beispiel der Auseinandersetzungen im 19. Jahrhundert war der Apostolikumsstreit zum Ende des 19. Jahrhunderts. Der Leutzendorfer Pfarrer, also Leutzendorf ist in der Nähe von Rodenburg ab der Taube, wer das kennt, eine Heimat, von daher ganz berühmter Pfarrer aus meiner Gegend, Christoph Stempf, und zwar deshalb, wegen des Apostolikumsstreits. Er weigerte sich damals als Leutzendorfer Dorfpfarrer, das Apostolikum bei einem Taufgottesdienst zu sprechen. Da muss man wissen, bei der württembergischen Liturgie ist es so, dass das Apostolikum immer bei Tauf und Abendmahl gesprochen wird. Bei so einem Taufgottesdienst hat sich der Dorfpfarrer Christoph Schrempf eben geweigert, das Apostolikum zu sprechen, weil er nach dem wissenschaftlichen Studium der Theologie in Tübingen einige Aussagen des Apostolikums nicht mit seinem Gewissen vereinbaren konnte. Interessant, die Gemeinde, die merkte davon nichts, also soviel zum Thema mündliche Gemeinde, er hat es einfach nicht bemerkt, dass das Apostolikum weggelassen wurde, aber Schrempf war so, wie soll man sagen, zuverlässig, dass er sich dann selber bei der Kirchenleitung angezeigt hat. Sein Verhalten führte, wie bei David für die Strauß, letztlich zur Entfernung aus dem Pfarramt. Auch Ende des 19. Jahrhunderts, 1891 war das, 92 war die Entfernung aus dem Pfarramt. Der Fall wurde dann aber deutschlandweit publik, weil einer der berühmtesten Theologen der damaligen Zeit, Adolf von Hannack, Professor für Kirchen- und Dogmengeschichte in Berlin, das Thema Aufnahmen und in der christlichen Welt, dem publizistischen Schlachtschrift der liberalen Theologie, dazu einen Artikel verfasste. In diesem Artikel schrieb er unter anderem, dass ein gereifter, an dem Verständnis des Evangeliums und an der Kirchengeschichte gebildeter Christ an mehreren Sätzen des Apostolikums Anstoß nehmen müsse. Insbesondere die Jungfrauengeburt war für Hannack nicht mehr zu glauben. Es kam zu großen Auseinandersetzungen. Konservative Kreise hielten dagegen, die Jungfrauengeburt sei das Fundament des Christentums, der Eckstein, an dem alle Weisheit dieser Welt zerschellen wird. Der Streit schaukelte sich hoch. Alle Zeitungen waren voll davon. Das war das theologische Thema in den 1890er Jahren und bis darüber hinaus um die Jahrhundertwende. Die Liberalen bestanden darauf, dass man die Jungfrauengeburt nicht biologisch, sondern nur symbolisch verstehen könne. Die Konservativen verwiesen auf den Wortlaut des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Letztlich ging es für die Konservativen um die Frage der Gottheit Jesu Christi. Ist Jesus von Nazareth mehr als ein menschlicher Lehrer oder Religionsgründer? Ist er nicht nur wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott? Für die liberale Theologie ging es in diesem Streit, so Martin Rade, der Herausgeber eben der christlichen Welt, letztlich um die Frage nach der Berechtigung der liberalen Theologie in der Kirche. Er fragte, darf ein wissenschaftlich ausgebildeter Pfarrer, der in der Gemeinde das sagt, was er an der Universität gelernt hat, in der Kirche seinem Dienst tun? Bei Schrempf scheitert er gerade daran. Er hat genau das gesagt, was er gelernt hat an der Universität und musste den Kirchendienst quittieren. Das war für die liberale Theologie die Frage, dürfen wir eigentlich überhaupt in der Kirche unseren Dienst tun, wenn es Schrempf so erging? Die beiden Grundsatzfragen, Jesus war der Mensch und war der Gott, sowie die Frage nach der Berechtigung der liberalen Theologie in der Kirche, die wurden in diesen Auseinandersetzungen aber letztendlich nicht beantwortet. Sie schwelten seither im Hintergrund viele Auseinandersetzungen weiter. Schrempf wurde damals zwar aus dem Dienst entfernt, aber viele Pfarrer und Theologen dachten ähnlich wie er. Sie blieben aber im Dienst und lebten in einem gewissen intellektuellen Zwiespalt. Sie sprachen aus traditionellen Gründen das Apostolikum mit, deuteten die Aussagen für sich jedoch symbolhaft. An den Universitäten hatte dieser Streit kaum Auswirkungen. Der Mainstream der Theologie lief zu Beginn des 20. Jahrhunderts überwiegend in die liberale Richtung. An einigen Fakultäten wurden zwar unter Einfluss der Kirchenleitungen explizit theologisch konservative Professoren berufen, wie zum Beispiel gleich als erstes in Berlin Adolf Schlatter, später dann noch in Tübingen. Auch wieder Adolf Schlatter als Gegenpol. Aber dies hatte bis auf Tübingen keine nachhaltige Wirkung. Zumindest in der Breite nicht. Gleichzeitig merkte man in theologischen konservativen Kreisen, dass man neben der universitären Ausbildung alternative Strukturen entwickeln müsste. In vielen Teilen Deutschlands kam es zur Gründung von Studienhäusern, Vereinen und Kirchenparteien. Im Rheinland und in Westfalen wurde ein Verein gegründet, die rheinisch-westfälischen Freunde des kirchlichen Bekenntnisses, so nannten sie sich, der eben das kirchliche Bekenntnis, vor allem das Apostolikum, gegen die Angriffe von Seiten der liberalen Theologie verteidigen wollte. Sie gründeten hier im Bild in Bonn ein Studienhaus, das einen Studienleiter einstellte, um Theologiestudenten neben dem Studium an der Fakultät in Bonn, geistlich und theologisch zu begleiten. Mitglieder des Vereins, ich habe sie hier mal von links nach rechts mal ausschnittweise abgebildet, waren Dr. Wilhelm Busch, von ganz links, ist der Vater des bekannten Evangelisten. Dann daneben Walter Michaelis, späterer Gnadauer Präses und auch sein Vorgänger Theodor Habeck, der ist hier nicht abgebildet. Dann danach, nach dritter von links, der Verleger Heinrich Bertelsmann, dann daneben der bekannte Evangelist Elias Schrenk, Ernst Modersohn, Evangelische Allianz. Dann hier Wilhelm Weigle, der Gründer des später nach ihm bekannten Essener Weigle, Hauses und Theodor Schmalenbach, das ist der Kopf der Minden-Ravensberger Erweckungsbewegung, also im Bereich der Erweckungsbewegung sehr prägend. In kürzester Zeit hatte dieser Verein 10.000 Mitglieder. Friedrich von Bodelschwing, hier im Bild, auch Mitglied in diesem Verein, gründete schließlich 1905 die Theologische Schule Bethel als eine eigenständige Ausbildungsstätte für Pfarrer im Gegenüber zu den liberalen Fakultäten. Nach dem Ersten Weltkrieg änderte sich die Theologie. Karl Barth, und damit haben wir wieder einen Bezug zu Basel, sprach wieder von Offenbarung. Die liberale Theologie schien am Ende, aber die Fragen des 19. Jahrhunderts wurden nicht mehr diskutiert. Man sprach nur noch vom Wort Gottes und deckte die gewichtigen Fragen nach der historischen Glaubwürdigkeit der biblischen Gerichte zu. Das hatte zur Folge, dass nach dem Zweiten Weltkrieg dann diese unbeantworteten Fragen mit voller Wucht wieder an die Öffentlichkeit, an die Oberfläche kamen. Und zwar durch Rudolf Bultmann. Seinem berühmten Vortrag Neues Testament und Mythologie entwickelte er sein Programm der Entmythologisierung. Dabei eliminierte er jegliche geschichtliche Glaubensbasis. Erledigt, das war das Stichwort. Erledigt ist die Rede von der Jungfrau im Geburt zu Bultmann. Erledigt sind die Wundergeschichten des Neuen Testaments. Erledigt ist die Himmelfahrt Jesu. Erledigt seine Wiederkunft zum Gericht. Der Spitzensatz, der auch für Furore sorgt, der war dieser, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen, gleichzeitig an die Geister und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, der muss sich klar machen, dass er, wenn er das für die Haltung christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht. Diese Sätze schlugen ein. 1941 gesprochen, dann durch die Veröffentlichung Ende der 40er Jahre, vor allem in den 50er Jahren, als sie dann in der Gemeinde und in der Theologie angekommen sind, sorgten sie für große Furore. Ganze Generationen von Theologen wurden von Bultmann geprägt. Sein Ansatz war grob verkürzt folgender. Alle biblische Rede ist mythologische Rede. Weil wir aber heute kein mythologisches Weltbild mehr haben, sondern naturwissenschaftlich gebildet sind, müssen wir die mythologische Rede der Bibel für den Menschen von heute übersetzen. Die Bibel also entmythologisieren. Das geht nicht, indem man das, was in der Bibel steht, als Berichte von wirklich geschehenen Ereignissen ansieht, sondern es sind symbolhafte Erzählungen, die in uns Menschen etwas anrühren, etwas bewegen wollen. Sie wollen Glauben wecken. Darum geht es eigentlich für Bultmann. Nicht um das Geschehen an sich, sondern das, was durch diese Geschichten in uns geweckt wird. Nämlich der Glaube. Der Glaube, dass wir nicht durch unser eigenes Tun selig werden, sondern durch das Vertrauen auf Gott. So war der Ansatz Bultmanns. Man merkt, diese Aussagen sind zwiespältig. Sie sind auf der einen Seite wichtig und auf der anderen Seite falsch. Sie sind bibelkritisch und fromm. Das war das Faszinierende und gleichzeitig Vernebelnde an Bultmann. Die Fronten waren jetzt nicht mehr klar. Bultmann sprach von Auferstehung, Himmelfahrt, Bekehrung, Glaube, meinte damit aber etwas anderes als die fromme Gemeinde. Wie schon bei Lessing war für Bultmann nicht Jesu Leben, sein Sterben und Auferstehen der geschichtliche Grund unseres Glaubens. Nicht das, was vor 2000 Jahren geschah, war für ihn das Heilsereignis, das wir glauben sollen, sondern der Glaube an sich war für ihn ein Heilsereignis. Unabhängig davon, was in der Bibel steht, ob das nun wirklich geschehen ist oder nicht. Entscheidend war für ihn die Botschaft Jesu. Das ist eine Rede von der Nächstenliebe, vom Reich Gottes, von der Bekehrung, von der Nachfolge, vom Glauben. Als diese Theologie mehr und mehr in die Gemeinden kam, durch Theologiestudenten, die in der Jugendarbeit für große Diskussionen sorgte, kam es seit den 50er Jahren zu immer mehr Protesten. Vor allem aus der bündischen und kirchlichen Jugendarbeit sowie der Gemeinschaftsbewegung. Die württembergische Gemeinschaftsverbände gewandten sich 1950 mit einem viel beachteten Alarmruf an die Kirchenleitung. Ich habe hier unten mal Wilhelm Horn, der Vorsitzende des Altpietistischen Gemeinschaftsverbandes, als einen der größten württembergischen Gemeinschaftsverbände abgebildet. Man sieht hier auch, wer das alles unterschrieben hat, Altpietistischer Gemeinschaftsverband, Kranische Gemeinschaft, Liebenzeller, Präge zur Süddeutsche Vereinigung, Pilgermission St. Grishona, wieder ein bisschen an Basler bezogen, der württembergische Brüderbund. Darin hieß es, die Vertreter der württembergischen landeskirchlichen Gemeinschaftsverbände haben sich versammelt, um sich über die Theologie des Professors Uldmann in Marburg und seiner Anhänger auszusprechen. Sie waren sich darin völlig einig, dass diese Theologie des Irrglaubens klar abgelehnt werden muss. Es ist ihnen eine schwere Sorge, dass von dieser Theologie nicht wenige, besonders unter den jungen Theologen, angesteckt sind, denen über kurz oder lang unsere Gemeinden anvertraut werden. Wir wissen wohl, dass die Kirche auf die vom Staat angestellten Professoren keinen Einfluss hat. Dennoch bitten wir sie herzlich und dringend, alles zu tun, was irgend möglich ist, damit der einbrechenden Verwirrung gewährt werde. Die württembergische Kirchenleitung, hier Landesbischof Haug, machte daraufhin Druck auf die Tübinger Fakultät als die zuständige Instanz für Lehrfragen. Ein Gutachten sollte zur Theologie Uldmanns abgefasst werden. Allerdings trug es, als es 1952 von der Tübinger Fakultät erstellt wurde, den bezeichneten Titel Für und wieder die Entmythologisierung des Neuen Testaments. Also für und wieder. Darauf kam es zu großen Protesten innerhalb der Gemeinschaftsbewegung. Als Max Fischer, das ist der Leiter der Barnauer Bruderschaft und der Leiter und Neugründer der Evangelischen Missionsschule Unterweissach, eine Verständigung mit den Tübinger Professoren suchte, widersprach Walter Michaelis, habe ich vorhin schon genannt. Jetzt sind wir praktisch 50 Jahre später, da war er schon recht hoch betrachtet. Man merkt, was Walter Michaelis kirchgeschichtlich auch abgedeckt hat von 1890, praktisch als junger Pfarrer bis jetzt hier im Uldmann-Konflikt 1952. Da war er schon dann knapp an die 90, aber immer noch Präses Gnadauer Verbandes. Also dieser hoch verdiente Gnadauer Präses Walter Michaelis schrieb daraufhin an Max Fischer, ich lehne die Verhandlung mit jedem ab, der für Bultmann noch ein Für und Wider hat. Sein Gottesbegriff, der jedes Wunder und jeden Widerspruch gegen die heutige Naturwissenschaft in dem Bereich der Legende weist, muss für uns außer jeder Diskussion sein. Ebenso seine Aussage über unseren Herrn und seine Worte. Mit Leuten zu verhandeln, die für Bultmann nicht ein bedingungsloses Nein haben, ist in meinen Augen ein Herabsetzen unseres königlichen Herrn. Tübinger Herren werfen doch noch seine menschliche Begabung und Person in die Wagschall, also Bultmanns Begabung. Daher das Wieder und Für. Das Für war natürlich eben das Problematische für Michaelis und für viele. Da gehören wir meiner Meinung nach nicht hin. Ich glaube, es zieht uns nicht, uns an Besprechungen über Bultmanniana zu beteiligen, auch wenn wir dafür als banaussisch angesehen werden. Auch Evangelisten wie der Essener Jugendpastor Wilhelm Busch, also Jugendpastor im Essener Weiglehaus, vorging auch von Ulrich Pazzani und seinen Vater habe ich ja vorhin schon mal abgebildet gezeigt. Wilhelm Busch oder der Lüdenscheider Jugendpastor Paul Deidenbeck unten links, die schlugen ebenfalls Alarm. Insbesondere Wilhelm Busch erreichte durch seine Zeitschrift Licht und Leben, das war vielleicht nur noch so bekannt, damals war das die Zeitschrift aller Pietisten in den 50er Jahren, hat eigentlich fast jeder gelesen. Damit erreichte er eine breite Leserschaft. Und immer wieder wandte Busch darin eindringlich vor der Theologie Bultmanns und seiner Schüler. Der bekannte Evangelist Gerhard Bergmann, hier unten im Bild, schrieb das viel gelesene Buch Alarm und die Bibel, mehrere Auflagen. 1964 hat eigentlich auch fast jeder gelesen. Und da warnte er vor der neuen, modernen Theologie Bultmannscher Prägung. Dann Helmut Frey, da unten der Mann mit Bart. Helmut Frey, Dozent an der Theologischen Schule Bethel, sammelte als Dozent, als Lehrer in Bethel in seinem Haus bibeltreue Studenten, in einem Hauskreis, um sie theologisch und seelsorgerlich zuzurüsten. Einer dieser Studenten, der da in diesem Hauskreis Ende der 60er Jahre dabei war, war Armin Sergin, der hier lange Zeit gelehrt hat. Zunächst gab es noch einige Bischöfe, wie den württembergischen Landesbischof gerade schon erwähnt, Martin Haug oder die bayerischen Bischöfe Hans Meißer oder Hermann Dietz-Fellbinger, die sich gegen Bultmanns Theologie kritisch zu Wort meldeten. Aber immer mehr zögerten die Kirchenleitungen. Daraufhin bildeten sich wieder Initiativen aus dem theologisch-konservativen kirchlichen Umfeld. Insbesondere als auch der Kirchentag, eine eigentlich wirklich missionarische Initiative, immer mehr von der Theologie Bultmanns und seiner Schüler geprägt wurde. Im ostwestfälischen Bethel, das ist bei Bielefeld, entstand die Bekenntnisbewegung um Helmut Frey. Paul Deidenbeck, Rudolf Bäumer und Theodor Brand. Das ist der damalige Vorsitzende der deutschen Pfarrergebetsbruderschaft, um da nur einige Namen zu nennen. Also oben links Theodor Brand, Helmut Frey haben wir schon gehabt, Rudolf Bäumer und Paul Deidenbeck. Andere vielleicht noch von Namen bekannt. Paul des Nazareth und August Spreen, Vorsitzenden des Westfälischen Gemeinschaftsverbands und Sven Findeisen. Zu dem sage ich gleich noch was. Also die bildeten die Bekenntnisbewegung und diese Bekenntnisbewegung protestierte 1966 in Dortmund, deswegen hier die Westfalenhalle, mit einer aufsehenerregenden Kundgebung gegen die Entwicklungen der modernen Theologie. Unter dem Überschrift Kein anderes Evangelium Hauptredner war Walter Küneth, ein langer Systematiker. In der Presse wurde darüber groß berichtet. Also eigentlich alle großen deutschen Blätter haben da Artikel gehabt, auch die kirchliche Presse, mal ein Auszug aus einem Artikel. Da heißt es, mancher hat es nicht für möglich gehalten, was am Sonntagnachmittag den 6. März 1966 in Dortmund geschah. Mehr als 20.000 Menschen aus den verschiedenen Landeskirchen, ja sogar aus Antwerpen und Schweiz füllten diese riesige Westfalenhalle. Es war damals die größte Halle Europas. Also Frau und ich waren mal bei Sven Findeisen noch zu Besuch, erlebt er noch, Neumünster. Und er hat erzählt, als er den Flyer in seinem Briefkasten hatte, wo dann drauf stand, 6. März Dortmund der Westfalenhalle, da hat er gleich gedacht, ihr seid doch blemblem, ihr könnt ihr die größte Halle Europas mieten. Und Paul Deidenberg hat gesagt, ja, wenn es in die Hose geht, dann müssen wir die nächsten Wochen und Monate einfach nur Kartoffeln und Brathering essen und halt dann das Geld sparen. Also es war ein großes Wagnis, aber mal die ganze Halle gefüllt. Und unter der Losung, kein anderes Evangelium, rief man eben dazu aus, genau, noch fertig lesen, den Presseartikel, also ja sogar aus Antwerpen und der Schweiz füllten die riesige Westfalenhalle, um unter der Losung, kein anderes Evangelium, eine Kundgebung zur Bezeugung des unverkürzten Evangeliums und zum Kontest gegen seine Verfälschung zu veranstalten. Also auch Spiegel, Welt und alles, es war ein großes Thema. Dann nach dieser Veranstaltung in 1966 kam es auch zu Fernsehinterviews von bekannten, vertretenen Evangelikalenbewegungen zum Diskussionen im Fernsehen zur Hauptsendienzeit, Weihnachten, Pfingsten, Ostern im ZDF und ARD, Samstagabend 20.15 Uhr, Diskussion zwischen Walter Bündert und Günther Klein zum Thema leiblicher Auferstehung, da kann man sich die Augen reiben, da kann man sich nur vorstellen, war damals so das Thema. Schnell bildeten sich dann nach dieser Veranstaltung in verschiedenen Landeskirchen, Regionalgruppen dieser Bekenntnisbewegung, die Ende der 60er-Jahre auch dann als Sammelbecken für Christen fungierte, die eben an der Autorität der ganzen Heiligen Schrift den Leben und Lehre der Kirche festhalten wollten. Die seit Anfang der 60er-Jahre immer mehr gebrauchte Begriff Evangelikal wurde spätestens seit Fritz-Laubach-Schrift der Aufbruch der Evangelikalen zur Bezeichnung dieser Sammelbewegung, der Evangelikalenbewegung. 1969 kam es auf dem Stuttgarter Kirchentag zu einem großen Streitgespräch. An drei Tagen traten Theologen der Bekennendenreise, also der Bekenntnisbewegung und der angeschlossenen Verbände, gegen Theologen an, die auf der Linie Bultmanns lagen. Also ich habe es hier mal abgebildet, ein Bild fehlt. Unter anderem war mit dabei auf der Bekennendenseite, hier unten links im Bild, vielleicht noch bekannt, also ein ehemaliger Dozent der STH, Georg Huntemann, damals Bremer Pastor. Und Walter Künnet eben auch, der immer wieder für die Bekenntnisbewegung, also praktisch als theologischer Kopf neben Helmut Frey, fungierte, spart da auch eben auf. Man wollte zunächst Willi Marx und Ernst Käsemann noch profiliertere Bultmann-Schüler da gewinnen, um wirklich auch den Gegensatz für alle Zuschauer auf den Kirchentag deutlich zu machen. Die haben aber dann alle abgesackt und dann waren Vertreter, die dann eher zum Teil ein bisschen gemäßigt waren. Von daher ist diese Veranstaltung irgendwie misslungen. Also wenn man Berichte hört, hört man, dass Diakonissen dann geklatscht haben, als die kritischen Theologen ihren Vortrag gehalten haben und dann am Schluss gar nicht genau wussten, was jetzt eigentlich der Gegensatz war. Also manchmal auch schwierig. Die Themen waren Jungfrauengeburt, leibliche Auferstehung Jesu und seine Wiederkunft zum Gericht, eigentlich zentrale Dinge aus dem zweiten Artikel des Apostolikums. Aber man merkt, es war nicht so ganz einfach, diese moderne, diese Bultmannsche Theologie zu greifen vor eben den Leuten aus der Gemeinde. Es gab auch noch andere Aufeinandertreffen dieser beiden Richtungen in den 60er Jahren, wie die große Disputation zwischen den Professoren Walter Kühnert und Ernst Fuchs in Sittensen. Das ist eigentlich ein kleines Dorf zwischen Hamburg und Bremen, aber hat eine große Kirche und da kamen circa 3000 Menschen zusammen. Aber diese ganzen Streitgespräche und Versuche vor großem Publikum verliefen letztendlich im Sande. Das Anliegen der Bekenntnisbewegung, die moderne Theologie als falsche Lehre zu brandmarken und Pfarrer-Bultmannscher Prägung nicht in den Kirchendienst zu übernehmen, beziehungsweise deren Einfluss in Theologie und Kirche zurückzubringen, der wurde letztendlich nicht umgesetzt. Die Kirchenleitungen hatten ja immer mehr das Interesse, die beiden theologischen Richtungen unter dem Dach der Kirche zu vereinen. Und über die Frage, was denn wirklich schriftgemäß und bekenntnisstreu sei, da gingen die Meinungen immer mehr auseinander. So kam es, dass sich in den 70er Jahren immer mehr evangelikale Parallelstrukturen bilden. Ich habe ja mal einige aufgezeigt. Aus Enttäuschung über den politischen Weg von Brot für die Welt kam es zur Gründung von Hilfe für Brüder. Als Gegenpol zum evangelischen Pressedienst wurde die Nachrichtenagentur IDEA gegründet. Nach der Verschmelzung des internationalen Missionsrats mit dem ökumenischen Rat der Kirchen wurde die Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen gegründet. Aus der Enttäuschung über den Weg des Kirchentags entstand der Gemeindetag unter dem Wort heute noch bekannt als Christustag. Und im Bereich der Ausbildung, deswegen steht hier auch die STH, kam es wie im 19. Jahrhundert auch schon, habe ich ja gerade für Bonn gezeigt, zur Gründung von Studienhäusern. Also wie das Bengelhaus als das größte in Deutschland. Gibt es auch noch anderes, das Bodenschwinghaus in Marburg, das Hausstudienzentrum in Heidelberg oder das Spänerhaus in Mainz. Und eben alternative Ausbildungsstätten wie zunächst 1970 die STH in Basel und dann ab 1974 in Deutschland dann auch die FTA, heute ja FTH. Das ist sozusagen jetzt in dem großen Ritt der Zusammenhang, in dem die evangelikale Bewegung und damit eben auch die Gründung der FTA in Basel steht. Zum Schluss noch ein kurzer Blick nach Basel. Dr. Samuel Külling wurde 1964 nach erfolgreicher alttestamentlicher Promotion im holländischen Kampen zunächst als Lehrer auf St. Christiana berufen. Also 1965 übernahm er dann den Vorsitz und die Schriftleitung im damals noch sehr einflussreichen Bibelbund. Also der Bibelbund hielt auch Tagungen, die sehr gut besucht waren in den 60er Jahren und hatte auch durch die Zeitschriftbibelgemeinde im frommen Umkreis auch breite Verbreitung. Diesen Bibelbund, den prägte er in den folgenden Jahren, er war ja 15 Jahre lang Schriftleiter und Vorsitzender, entscheidend theologisch. Külling war sich zwar mit der Evangelischen Allianz, den Gemeinschaftsverbänden und auch der Bekenntnisbewegung in der Ablehnung der modernen Theologie buldmannscher Prägung einig. Allerdings kam er insbesondere nach seinem kontrovers beurteilten Vortrag im September 1965 auf der Ratstagung der Europäischen Evangelischen Allianz in einen starken Gegensatz zu führenden Vertretern der evangelikalen Bewegung. Külling war Vertreter der Bekenntnisbewegung wie den berühmten Evangelisten, die ich vorhin schon abgebildet habe, Alarm und die Bibel, Dr. Gerhard Bergmann oder auch dem vorhin gezeigten Paul Deidenbeck und Helmut Frey, aber auch dem Cheftheologen des Pfarrergebetsbunds Otto Rodenberg gemäßigte Bibelkritik vor. Das war für Külling sogar der entscheidende Punkt im Kampf gegen die Bibelkritik. Auch gemäßigte Bibelkritik ist Bibelkritik und damit abzulehnen. Das war seine Überzeugung. In einem viel beachteten Artikel in der Zeitschrift des Bibelbundes unter dem Titel, dass das Übel an der Wurzel erfassen, lief er 1966 zur Gründung einer alternativen theologischen Ausbildungsstätte auf. Und damit lag er auch im Trend der evangelikalen Zeit sozusagen. Denn auch im selben Jahr, im August 1966, kam es in Deutschland unter der Initiative von Helmut Frey zu einem Treffen bei Heinrich Kemner. Es war ein berühmter Evangelist damals in Krehlingen. Und Heinrich Kemner hat das Geistliche Rüstzentrum Krehlingen gegründet und Aufklärung gebaut. Und bei diesen Treffen 1966 dachten führende Theologen der Bekenntnisbewegung über die Gründung einer freien theologischen Ausbildungsstätte nach. Interessant ist, wer da auch alles mit einbezogen war. Also es gab auch Kontakt zu Otto Michel zum Beispiel in Tübingen, der eigentlich noch auf dem ehemaligen Schlatter Lehrstuhl lehrte und eigentlich relativ konservativ war. Und viele andere Professoren, denen man da vertraute, man wollte da sie auch mit ins Boot holen und damit einbeziehen. Aber letztlich kam es dann doch nicht zu einer Neugründung einer Fakultät, aber zur Aufnahme einer theologischen Vorstudienarbeit. Und zwar unter dem Pastor Sven Findeisen, den ich vorhin schon mal gehabt habe, der in Krehlingen dann ein einjähriges Vorstudienjahr durchführte, wo man auch griechisch und hebräisch lernen konnte, bevor man dann das Studium an der evangelischen theologischen Fakultät in Deutschland aufnimmt. Das gibt es heute noch eben das Vorstudienjahr in Krehlingen. Ja, 1967 kam es dann letztendlich zur Gründungszusammenkunft des Vereins Freie Evangelisch-Theologische Hochschuls in Basel. Und für dieses Treffen hatte Köhling bereits im November 1966 einige Grundsätze aufgestellt. Und zwar unter anderem den, dass man für die Gründung keine Massen gewinnen wolle, sondern nur die 300 Gideons nach Richter 7, die klar stehen und klar sehen. Köhling formulierte als Grundlage der Neugründung, dass die Kontinuität der Bibeltreue von Anfang an erhalten werden solle. Dafür sei es notwendig, vor allem die sogenannte gemäßigte Bibelkritik vollständig auszuschalten. Also merkt man, das war sozusagen ein wichtiger Punkt. Dazu führte er aus. Es wurde mir im Verlauf der Jahre immer klarer, dass wenn wir eine Ausbildungsstätte gründen, die auf die Dauer eine Wirkung haben sollte. Es um ein Entweder-Oder, ein Alles-oder-Nichts geht. Entweder die Bibel als göttliche Offenbarung ernst nehmen oder der Tod ist schon von Anfang an den Topf. Für die Anstellung der Dozenten forderte er, dass jeder Dozent in drei Punkten einig sein sollte. Ganze Inspiration ohne jede Einschränkung, ganze Wahrheit in jeder Hinsicht, ganze Einheit ohne wirkliche Widersprüche. Seit Ende der 1970er Jahre kam Kühling aber auch innerhalb des Bibelbundes in die Kritik. Seine offene Haltung zu den Darmstädter Marienschwestern, dieser Bewegung innerhalb der Pfingstbewegung und dann dadurch eben auch der damit verbundenen Bewertung der Pfingstbewegung, die war innerhalb des Bibelbundes umstritten. Dass er dann seinen Kritikern und den Kritikern der Pfingstbewegung vorwarf, sie betrieben in ihrer Haltung eine Bibelkritik von innen. Es trug nicht gerade zur Entschärfung des Konflikts bei. Da sieht man auch, wie es dann manchmal auch zur Grenze kommen kann bei der Frage nach der, was letztendlich bibeltreu dann ist. Mit Samuel Kühling erhit die damalige Väter seit ihrer Gründung eine pointierte theologische Ausrichtung im Sinne der 1978 bis 1988 unter anderem auch von ihm mit unterzeichneten Chicago-Erklärungen. Da war er auch der deutsche Vertreter. Diese hermeneutische Ausrichtung Kühlings war und ist bis heute in der evangelikalen Welt nicht unumstritten. Doch zeigt die Gründung der Väter im Kontext der theologischen Auseinandersetzungen, die in den 1960er Jahren einen gewissen Höhepunkt erreichten, dass sich Kirche und Chorologie immer wieder neu ihrer hermeneutischen Grundlagen vergewissern müssen. Der Blick in die Geschichte und damit auch auf die Hintergründe der Gründung der Väter in Basel zeigt, dass die Autorität der Heiligen Schrift in ihrer Gesamtheit und damit die geschichtliche Basis unseres Glaubens immer wieder kritisiert wurde. Spätestens seit der Aufklärung ist das protestantische Schriftprinzip in der Krise bis heute. Von daher ist und bleibt es die Aufgabe evangelikaler, bibeltreuer oder schriftgemäßer Theologie für jede Generation neu zu fragen, wie am Schriftprinzip an der Autorität der Heiligen Schrift für Leben und Lehre der Kirche festgehalten werden kann. Dabei ist es entscheidend, gerade auch bei allen Diskussionen, die unter den Evangelikalen auch heute im 21. Jahrhundert geführt werden, was es eigentlich theologisch bedeutet, evangelikal, bibeltreuer oder schriftgemäß zu sein. Dazu ist meines Erachtens die Frage zentral, ob und inwiefern unser Glaube eine fest umrissene geschichtliche Grundlage hat und in welchem Verhältnis diese zum Wort Gottes zur Heiligen Schrift steht. Ich denke, dass es hier auch mittlerweile großen Klärungsbetal innerhalb der evangelikalen Bewegung gibt und viele, wenn nicht sogar die meisten Konflikte und innerevangelikalen Richtungsstreitigkeiten rühren daher, dass diese Grundfrage in der Tiefe immer noch nicht geklärt ist. Von daher ist nach wie vor die theologische Grundlagenklärung die zentrale Aufgabe theologischer Ausbildung. Und die STH Basel leistet ja seit nunmehr 50 Jahren auch in dieser sehr wichtigen Fragen entscheidende Arbeit. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen ja auch für die nächsten 50 Jahre und noch weit darüber hinaus. Gottes Segen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.